hallo leute und herzlich willkommen zum neuen video auf meinem kanal heute beschäftigen wir uns mit der frage bei wordpress wo finde ich das stylesheet beziehungsweise style.css datei wofür ist diese überhaupt da diese ist gespeichert farben und grundsätzliche design parameter die dann beim team komplett darauf eingehen ich kann euch das gleich zeigen wo es immer findet ist nämlich wenn ihr unter design und editor geht und hier rechts oben seht ihr jetzt welcher team ausgewählt ist dann findet ihr hier ganz unten im normal vor der stylesheet.css wo es natürlich auch noch findet ist am ftp das zeige ich euch auch noch so ich bin jetzt hier zum beispiel einmal auf meinem webspace für meine firmen homepage und hier findet ihr auch dementsprechend dieses stylesheet nämlich hier geht ihr unter wp content dann unter themes dort habe ich jetzt zum beispiel avada installiert und hier findet ihr die style.css und die könnt ihr dann natürlich dementsprechend hier auch euch runterziehen beziehungsweise halt sagen okay ich lade sie mir runter ich verwende hier übrigens filezilla falls falls das noch niemand kennt und dann habt ihr hier auch das stylesheet ja genauso wie hier oben auch das ist sozusagen der editor für das stylesheet ja und so findet ihr es auf die zwei varianten also einmal hier mit dem ftp immer in eurem also das noch mal zu zu verinnerlichen und so schaut die wordpress installation aus ja im normalfall so rvp und stats das ist was anderes und dann geht ihr auf content teams auf das passende team wo drauf wollt und dort liegt das stylesheet.css drinnen genau und so findet ihr es natürlich auch hier drinnen und hier könnt ihr dann natürlich mit css code auch reinschreiben was ihr möchtet zum beispiel andere farben ich möchte eine funktion anders haben etc wie funktioniert das im normalfall so so mache ich das immer ich schaue mir zum beispiel an nicht die galerie ja so dann schaue ich mir den seiten quelltext an dann sehe ich zum beispiel dass die klasse homepage template default page id 11 das heißt ihr müsst euch hier die die klasse raussuchen zum beispiel nachbar header und die funktion nimmt er dann tragt den stylesheet ein macht noch die richtigen farben rein etc und verändert halt hier auch zum beispiel die title klassen wie groß soll es sein soll es eine überschrift sein soll es nicht sein etc aber das war jetzt im grund die frage wie findet man das stylesheet also eben auf diese zwei formen einmal manuell sozusagen per file sila also beziehungsweise jedes ftp programm ich habe jetzt zum beispiel file sila genommen den nutze ich sowohl auf mac als auch windows mit dem könnt ihr eben auf eurem webspace zugreifen ist auch nie schlecht und das zweite ist eben dass sie in den editor reingeht und dort findet ihr dann zum beispiel wenn ihr auf kala mit geht und auswählen seht ihr immer das gleiche nämlich da unten das stylesheet hier steht zum beispiel schon ein bisschen mehr drinnen ja ich hoffe dass euch dieses video gefallen hat beziehungsweise den ein oder anderen geholfen hat es kommen jetzt mehrere noch solche wordpress videos wo ich so fragen aufwerfe die oft gestellt werden inforen und somit kann das dann jeder auf meinem kanal finden und jeder der mir schreibt den schicke ich gerne den link weil so findet man sich einfach als anfänger am besten zurecht ja danke fürs zusehen bleibt motiviert wir sehen uns im nächsten video